ASTRA A Das ist der vierte Platz. Vier. Dritter Platz. ASTRA 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 ASTRO ASTRO BIN Angewegt aus Kordel, nur der Stefan Pintermann. Herzlichen Glückwunsch. Der zweite Platz ist nicht an die Lichtmutter. Der zweite Platz bei Astra hat Jörn Hartwig gewonnen aus Berumur. Ist da noch jemand da? Das ist schade. Okay, dann kommen wir zum ersten Platz. Angewegt aus Garten, wo es ist der der Christian Bänning. Sie haben 2003 Axt-Karte hier. Einfach mal hoch. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt kommen wir zu der etwas größeren Autos, Kategorie Vektra, Siegnung im dritten Jahr. Dort waren drei Pokale dieses Jahr. Und den dritten Platz hat dort Christian Pern. Angewegt aus Vorbeck. Herzlichen Glückwunsch. Der zweite Platz ist ein Vektra C-Anhänger gestanden. Angereist aus. Das ist der Sieb, Bosenthal. Er muss wieder rückwärts, vor der Vorwärts nochmal anstecken. Das ist jetzt ein Vektra C mit dem großen Anhänger kommen. Ja, toll. Das ist jetzt ein Vektra C mit dem großen Anhänger kommen. So, ich höre gerade, wie so die Forsas jetzt vorziehen. Dritter Platz, Forsa A, Baujahr 86. Angereist aus Dänemark ist der Kasteinör. Herzlichen Glückwunsch. Zweiter Platz, ein Forsa D, ebenfalls an die Weißer aus Dänemark. Das ist der Ronny Schulz. Herzlichen Glückwunsch. Und der erste Platz ist der 2000er Corsa B von Ralf Kramer, Angereist aus Kiel. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt brauche ich mal kurz hin, besteht da jetzt Vektra C in Schwadland? Ja, ja. Wir springen jetzt also wieder zurück zum zweiten Platz. Vektra C, Baujahr 2006. Jetzt, das Anhängergeschein von C, Rosenthal. Rettin Löppwunsch. Erster Platz, der Vektra A aus, LZ, das ist der Silvio Wecker. Herzlichen Glückwunsch. Kommen wir nun zu der Kategorie schönstes Fahrzeug mit Dieselmotor. Dort hat gewonnen der David Borski. Dankeschön, Herr Schausthausen. Letzige Glückwunsch. Die nächste Kategorie wären wir gewesen 10 in Jukama 2018. Das heißt, ein Fahrzeug, was nicht älter als vier Jahre ist. Aber der Kollege mit seinem Adam ist leider auch schon abgereist. Das wäre Christian Gernert gewesen. Kommen wir nun zur Kategorie schönstes Fahrzeug über 30 Jahre. Dort hat gewonnen Rekord. Ja, der Kollege, sehr schön. Baujahr 84, angeweist aus Schwannung, ist der Ingo Frecke. Und vierter Platz ist der Vektra A, nochmal von Kaspar Noor. Nochmal hektigen Glückwunsch. Baujahr 86. Reinfahrt heute nochmal ein gelber Landtag. Nein? Ja, da haben wir in der Vier, da haben wir dann ja viel Verhandlung gehabt. Ist von Wiener jemand da? Okay, kommen wir das ist der erste Platz. Ich komme da auch in C. Baujahr 82. Angeweist aus Dänemark ist da der andere Raum. Applaus 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 Ja, sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.